Hi Leute, noch mal ein kurzes Video, weil meine E-Mail-Adresse irgendwie im Moment ziemlich detoniert oder explodiert ist. Seitdem ich diese ACTA-Videos hochgeladen habe, kommt noch ein Haufen Kommentare, E-Mails und alles mögliche rein, sodass ich den totalen Überblick verloren habe. Auf meinen ganzen Kanälen habe ich absolut keinen Überblick mehr. Deswegen beantworte ich jetzt schnell noch mal ein paar Fragen per Video. Erstens, ich habe jetzt auch alle meine Kanäle auf das neue Design umgestellt. Warum? Es wird sowieso ab 7. März, glaube ich, am 7. März wird das alte Kanal-Design abgeschaltet und da habe ich mir gedacht, da macht das jetzt auch keinen Sinn mehr, irgendwelche Proteste zu zeigen und das alte Kanal-Design beizubehalten, weil es ja sowieso dann umgestellt wird. Also habe ich jetzt endgültig alles auf das neue Design umgestellt. So, dann zweitens, ja, ich ziehe gerne Latzhosen an, aber ich glaube nicht, dass ich Super Mario bringe. Ja, nur mal an die zwei, drei, die das geschrieben haben. Gut, tja, an sich auf M1 Molder lade ich jetzt auch demnächst wieder was hoch. Diese ganze ACTA-Geschichte hat mich ziemlich viel Zeit gekostet und zwar auch so viel zu tun, sodass ich nicht viel Zeit hatte, Videos hochzuladen. Diese Vlog-Sachen hier, die gehen ziemlich schnell zu machen. Man schnappt sich einfach seine Kamera, läuft irgendwo hin und spricht irgendwas rein. Das geht schnell zu produzieren, aber irgendwelche Videos richtig professionell zu schneiden, richtig vorzubereiten und abzudrehen, das dauert dann doch etwas länger und dafür hatte ich einfach nicht die Zeit. Also kommt da jetzt auch demnächst wieder was hoch. Ich schneide jetzt aktuell dann ein paar Sachen dran rum und werde jetzt erst mal die ein oder andere Zuschauerfrage noch beantworten. Da noch ein paar Elektro-Videos machen und wenn das Wetter wieder mal draußen ein bisschen besser ist, nicht so arschkalt, mache ich dann wieder richtig gute Heimwerker-Videos, weil im Moment ist meine Werkstatt auch äußerst kalt. Ja, das wäre es erstmal für mich für heute. Also dann, tschüss bis zum nächsten Mal, euer Marc. Tschüss. 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 Tschüss.